Jetzt werde ich zwei Tests in allem lehren. Es sind die Tests für die Oral-Test der Básik-Uhr und ich werde alle Tests zwei Mal lehren. Mein Name ist Alexander Rother und ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in der Müllerstraße Nummer 16 in 55688 München. Ich habe zwei Schwestern. Mein Hobby ist mein Beruf. Ich bin ein Mechaniker. Mein Name ist Alexander Rother und ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in der Müllerstraße Nummer 16 in 55688 München. Ich habe zwei Schwestern. Mein Hobby ist mein Beruf. Ich bin ein Mechaniker. Hallo, ich heiße Sabine Schlau und bin schon 46 Jahre alt. Ich wohne seit 15 Jahren mit meinen Kindern in Hamburg. Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Mein Hobby ist Lesen. Ich habe schon 113 Bücher gelesen. Hallo, ich heiße Sabine Schlau und bin schon 46 Jahre alt. Ich wohne seit 15 Jahren mit meinen Kindern in Hamburg. Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Mein Hobby ist Lesen. Ich habe schon 113 Bücher gelesen. Ich habe schon 114 Bücher gelesen. Ich habe schon 15 brother auf dem Mottofon. Ich habe schon 119 Bücher gelesen.